St. Pölten beurlaubt Robert Ibertsberger. Die Champions League startet ins Viertelfinale mit zwei absoluten Spitzenspielen und der KAC steht im Finale der Eishockey League. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE-AT-Sportstudio. Am Osterwochenende wurde in der österreichischen Bundesliga die erste Runde nach der Punkteteilung gespielt. Dabei hat Rapid nach 2008 an einem Ostersonntag wieder einen Kantersieg gefeiert. Die Grün-Weißen besiegen den WRC auswärts klar mit 8 zu 1. Auch Salzburg hat sich in Topform gezeigt. Die Bullen besiegen im Spitzenspiel Sturm Graz mit 3 zu 1. Bereits diesen Sonntag empfängt Rapid die Salzburger im absoluten Top-Spiel. Die Admira konnte am Samstag im Niederösterreich-Darby einen 1 zu 0-Sieg gegen St. Pölten holen. Die Südstädter ziehen damit in der Tabelle mit St. Pölten und Alltag gleich. Für St. Pölten war es die neunte Heimniederlage in Folge. Die bisher eher schlechte Saison für St. Pölten hat Folgen mit sich gebracht. Der Tabellenzehnte beurlaubt Trainer Robert Ibertsberger. Nachdem die Saison im Herbst eigentlich erfolgreich gestartet hat, ist es dann im Winterberg abgegangen. Nach einem Jahr als Trainer ist Ibertsbergers Zeit bei St. Pölten nun abgelaufen. Die Trennung könnte teuer für den SKN werden. Der Klub hat den Vertrag von Ibertsberger erst im Jänner bis 2022 verlängert. Interimstrainer wird in der Zwischenzeit der Sportdirektor Georg Zellhofer. Heute Abend startet die Champions League mit den ersten beiden Viertelfinalspielen. Dabei kommt es zu zwei absoluten Top-Spielen. Manchester City empfängt Borussia Dortmund. Die Mannschaft von Pep Guardiola gilt als Hausrohr-Favorit. Die Engländer stehen in der Premier League am ersten Platz. Dortmund hingegen schwächelt in der deutschen Liga und belegt dort den enttäuschenden fünften Platz. Zeitgleich trifft heute Abend Real Madrid auf den FC Liverpool. Das weiße Ballett geht mit einem Sieg vom Wochenende über Iber mit Selbstvertrauen in das Spiel. Auch der FC Liverpool hat nach dem 3-0-Sieg bei Arsenal London Kraft getankt. Mit dabei sind sie natürlich heute Abend im Live-Ticker auf krone.at. Nach David Alaba wird nun auch Jerome Boateng nach zehn Jahren den FC Bayern München verlassen. Der Vertrag, der zum Saisonende ausläuft, wird nicht mehr verlängert. Der Innenverteidiger hat zehn Jahre lang zur erfolgreichsten Bayern-Mannschaft gehört. 2013 und 2020 hat er unter anderem gemeinsam mit David Alaba das Triple geholt. Der GRK hat es gestern mit einem 4-1-Sieg gegen Amstetten im Aufstiegskampf der zweiten Liga noch spannender gemacht. Ganz im Gegensatz zu den Grazern mussten die beiden Anwärter um den Aufstieg Niederlagen einstecken. Austria Klagenfurt hat zu Hause gegen Lafnitz mit 0-2 verloren. Wacker Innsbruck musste eine 1-2-Niederlage gegen Blau-Weiß-Linz einstecken. Mit dem 4-1 der Rotjacken sind die drei Aspiranten für den Aufstieg nur mehr drei Punkte voneinander entfernt. Große Trauer in der Sportwelt. Der ehemalige Skirennläufer Roland Töni ist am Ostersonntag unerwartet verstorben. Der Südtiroler ist im Alter von 70 Jahren den Folgen einer Hirnblutung erlegen. 1972 hat er bei den Olympischen Spielen in Sapporo den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Er hat im Slalom die Bronzemedaille gewonnen. Der KAC ist als erstes Team ins Finale der Eishockey League eingezogen. Die Kärntner haben sich zu Hause gegen Red Bull Salzburg mit 1-0 durchgesetzt. In einer ausgeglichenen Partie hat Clemens Unterweger das entscheidende Tor für die Kärntner gemacht. Sie haben damit die Best-of-Seven-Semifinalserie mit 4-1 für sich entschieden. Im Finale trifft der Titelverteidiger nun entweder auf die Vienna Capitals oder auf HCBS Südtirol. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Dienstag und bis morgen im KRONE-AT-Sportstudio. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Dienstag.